Hallo ihr Lieben, das ist ein Video, das unter vielen Vorbehalten steht. Erster Vorbehalt aus persönlicher Betroffenheit. Solche Verallgemeinerungen zu machen, wie ich gleich machen werde, ist immer problematisch. Das Zweite ist, es ist jetzt nicht das drängendste und größte Problem überhaupt, um das es um Konkreten geht. Es ist auch für mich nur ein Indikator für was Allgemeineres. Und wenn man also mal sich etwas umschaut und etwas länger nachdenkt, wird man wahrscheinlich sehr viel drastischere und schlimmere Beispiele für das Gleiche finden. Es ist nur der äußere Auslöser, um den es jetzt geht. Und das ist aber für mich ein Indikator dessen, was auch so ganz grundsätzlich das Problem unserer Gesellschaft ist und was so ganz grundsätzlich falsch läuft. Also ich habe ja geschildert, ich bin vorgestern im Krankenhaus gelandet. In meiner Partnerschaft, also es war so ein Paardynamik auch zwischen mir und meiner Frau. Also meine Frau hat Panik bekommen, weil es mir richtig schlecht ging und hat dann eben erst die Bereitschaftsärztin gerufen und dann eben den Krankentransport. Und das war das zweite Mal. Also einmal war das auch schon umgekehrt. Da habe ich dann, weil meine Frau ganz, ganz schlimme Rücken, Nerven, Nerven eingeklemmt. Wir wussten nicht, was los war. Sie hatte schreckliche Schmerzen. Das war vielleicht vor über zehn Jahren oder so. Da habe ich mal den Notarzt gerufen. Ja, okay, warum geht es? Es geht darum, was passiert, wenn man das tut. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Bereitschaftsdienst gerufen habt oder einen Krankentransport oder Notarzt. Das soll ja vorkommen. Es passiert immer mal wieder was im menschlichen Leben, wo das nötig ist. Und wo man auch mit erster Hilfe eben nicht weiterkommt und dann eben besser jemanden Profi ruft. Interessant ist, was dann passiert. Und ich habe dieses Video eigentlich davon motiviert, dass ich jetzt nochmal im Nachhinein mit meiner Frau geredet habe, wie die das erlebt hat. Und also meine Frau war, weil es mir echt dreckig ging, in Panik. Ruft dann an und das erste, was kommt, und das ist natürlich geschultes Personal. Nichts gegen die Leute. Die haben das echt gut gemacht. Die sind geschult. Und zumindest der erste, mit dem sie gesprochen hat, hat sie dann auch erst beruhigt und hat sie dann so gelobt. Ja, sie machen das sehr gut, weil er halt auch gespürt hat. Was bei meiner Frau los war. Aber was dann passiert, ist ja interessant. Man wird dreimal die gleichen Sachen gefragt und es geht nur um Bürokratie. Also es geht darum, Name, Alter, Adresse, Krankenversicherung. Und das wirst du dann dreimal gefragt, weil das halt organisatorisch notwendig ist. Ich meine, ich verstehe die organisatorische Notwendigkeit. Meine Frage ist aber eine andere. In einer wirklich menschlichen Gesellschaft würde das dann da so laufen. Denn wenn jemand den fucking Bereitschaftsdienst und den fucking Notruf oder fucking irgendwas anruft, dann kannst du davon ausgehen, dass derjenige auf jeden Fall subjektiv der Meinung ist, dass gerade die Kacke am Dampfen ist. Da ist jemand in Panik und deswegen ruft er jetzt an. Das mag berechtigt sein oder nicht, aber in der menschlichen Gesellschaft, nach meinen Begriffen, würde jetzt Folgendes passieren. Man würde erst mal danach fragen, was los ist. Man würde erst mal auf das Anliegen des Anrufenden eingehen und nicht vorher, vorher fucking Bürokratie abfragen. Und das dreimal. Ich weiß, dass es notwendig ist, aber es geht um die Reihenfolge. Es geht also um ein allgemeines Prinzip, das auch im zwischenmenschlichen Umgang bei Profis, die mit zwischenmenschlichem Umgang zu tun haben, bekannt ist. Und das Prinzip heißt, Störungen haben Vorrang. Und wenn also der Anruf beim Notarzt oder beim Bereitschaftsdienst keine Störung ist, dann weiß ich nicht, was eine Störung ist. So, das ist, wie gesagt, jetzt nicht für mich das größte Problem der Welt. Das ist für mich aber ein Indikator dessen, was ganz grundsätzlich falsch läuft. Und warum, das ist ja auch nicht das erste Video, das ich zum Thema mache, warum haben wir diese Bürokratie? In Bürokratie haben wir, weil wir eine entkoppelte Großgesellschaft sind. Jede, jegliche entkoppelte Großgesellschaft, das sieht man auch in jedem Konzern, entwickelt Bürokratie. Das ist sozusagen ein direktes Resultat entkoppelter Großgesellschaften, die sich nicht anders zu helfen wissen als über Bürokratie. Es ist aber nicht nur die Folge von Bürokratie, es ist auch die Folge eines Systems, das auf Effizienz getrimmt ist, weil Ineffizienz teuer ist. Also das heißt, und da sehen wir ein allgemeines Prinzip, guter zwischenmenschlicher Umgang ist teuer. Warum? Ganz konkret. Damit das anders laufen kann, brauchen die eine andere personelle Bestückung. Da muss auf der anderen Seite jemand entspannter sitzen, der sozusagen nicht nur geschult ist, sondern der auch irgendwie sozusagen, wo das Personal so besetzt ist, dass nicht so vorgegangen werden muss, dass am Ende eigentlich eine ziemlich große Unmenschlichkeit rauskommt. Und das ist strukturell unmenschlich. Das ist nicht persönlich unmenschlich, aber es ist strukturell unmenschlich, wenn jemand, der in Panik ist und der also gerade landunter ist und emotional drüber ist, erst mal einen abartigen Wust von Bürokratie um die Ohren geklatscht kriegt. Als erstes. Wie gesagt, wenn ein Anliegen sich dann sein Anliegen loswenden könnte, dass man dann nochmal fragt, okay, jetzt sagen Sie mir nochmal Ihren Namen und Ihre Krankenversicherungsnummer und worum geht es denn? So von dem, aber vorher wird eben gefragt, was ist denn los? Und ganz generell, also ich meine, ich rede ja auch mit Ärzten und so gelegentlich, also nicht als Patient, sondern von Mensch zu Mensch. Man hat ja dann auch so Leute in seinem Umfeld. Und es gibt halt nicht wenig Ärzte aller möglichen Ausrichtungen, die vom System ebenfalls hoch frustriert sind. Und zwar einfach auch genau deswegen, weil mit den Vorgaben, mit den bürokratischen Vorgaben, die eigentlich letztlich wir ihnen machen, wir, die Gesellschaft, unseren Ärzten macht, die Leute hoch unglücklich sind in ihrem Beruf. Ich meine, die meisten, die Arzt werden, wollen schon nicht nur aus Statusgründen Arzt werden. Da gibt es noch ganz andere Berufe, mit denen du noch mehr Kohle machen kannst. Also man kann davon ausgehen, Leute, die Arzt werden, haben schon ein gewisses, nicht nur Statusbewusstsein. Vielleicht nicht ganz alle, aber die meisten wollen doch irgendwie Menschen helfen und so. Und dann gehen die in diesen Beruf und dann ist aber das ganze System so gestrickt, dass eigentlich Menschlichkeit in diesem System kaum möglich ist. Beziehungsweise wenn du menschlich bist, dann schädigst du dich unmittelbar ökonomisch selbst. Das heißt, umso menschlicher du deinen Arztberuf ausübst, umso mehr Geld verlierst du. Das ist letztlich die Logik. Ich weiß, das ist vielleicht überverallgemeinert, aber das ist die Logik, die ich sehe. Und deswegen kann man eigentlich auch fast keinem einzelnen Arzt irgendwie böse sein, wenn er einen nach Effizienzkriterien und ökonomischen Kriterien behandelt. Dann das ist letztlich das, worauf ihn die Gesellschaft ausrichtet oder wozu ihn die Gesellschaft letztlich verurteilt. Also man müsste halt permanent dagegenhalten. Das ist auch sehr aufreibend. Ich habe auch in solchen Systemen gearbeitet, wo das System unmenschlich war. Ich habe versucht, meinen Job menschlich zu machen und ich kann sagen, das war unglaublich aufreibend. Also du hast permanent gegen den Strom gearbeitet, gegen das System. Du hast also sozusagen aus einem Scheiß-System das Beste gemacht. Das kannst du ein paar Jahre machen, aber nach ein paar Jahren bist du durch. So ging es zumindest mir. Das habe ich nicht einmal gemacht. Das habe ich, oh Gott, jetzt müsste ich zählen. In wie vielen Rollen, in wie vielen Jobs ich das gemacht habe, ich zähl mal. Also mindestens eins komme ich. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ah ja, okay. Sechs verschiedene berufliche Rollen fallen mir spontan ein, die ich selber hatte, wo ich in Institutionen gearbeitet habe, die aus meiner Sicht sturz-unmenschlich organisiert sind und wo ich versucht habe, einen menschlichen Job zu machen. Und ich kann sagen, das geht an die Substanz. Das geht einfach an die Substanz. Da gibt es vielleicht robustere Menschen als mich. Aber ich kann sagen, ich habe schon eine gewisse Sensibilität, deswegen bin ich da nämlich auch gut drin. Aber genau diese Sensibilität ist dann wie so ein, ja, so schlägt halt zurück, ja, dann machst du es nicht lange. Und deswegen gehen auch in der Regel oft sind, gerade die sensibleren Leute aus solchen Systemen raus. Ich bin dem zum ersten Mal begegnet, das ist vielleicht eine fragwürdige Quelle, aber ich weiß nicht, kennt ihr diese ganze Hochsensibilitätsthematik? Ich sehe die so als zweischneidiges Schwert. Ich bin da nicht so ganz glücklich damit, aber es gibt so der, einer der großen Öffner und Sensibilisierer, war, glaube ich, ein Wiener, der heißt Georg Palo, hat ein Buch geschrieben, Zart beseitet. Das war so eines der ersten größeren Bücher im deutschsprachigen Raum zum Thema. Und der schreibt dann an irgendeiner Stelle, dass die sensibleren Leute oft auch eben sehr gute Diagnostiker sind, weil sie Zusammenhänge herstellen zwischen Dingen, die vermeintlich nichts miteinander zu tun haben können. Und er sagt dann, unserem heutigen medizinischen System fehlen gerade diese Leute, weil diese Leute, die sensibler sind, also in seinen Worten die Hochsensibleren, halten es in der Art, wie unser Gesundheitssystem organisiert ist, gar nicht lange aus. Also wenn du so ein Metzger bist, so ein Klischeechirurg, der nichts mit Menschen anfangen kann eigentlich, sondern den Mensch mehr wie so eine Art Maschine aus Fleischknochen und irgendwelchen Schläuchen sieht, also für den eigentlich der Mensch gar kein Mensch ist, sondern so, wenn du so ein klassischer Metzgertyp bist, dann hältst du es in dem System ganz gut aus. Aber wenn du eigentlich jemand bist, der mit Menschen ganz gut kann, der so eine Sensibilität, ein Gespür für Menschen hast, dann ist das System scheiße und genau die Leute scheiden dann aus dem System raus, weil sie sonst ein Burnout kriegen würden oder einfach an Sinnverlust oder an, ja, den Leuten geht es einfach nicht gut. Das ist kein System, das gebaut ist, wenn du, wie ich zum Beispiel auch, ein Sensibelchen bist. Aber naja, Sensibelchen haben halt auch ihre Stärken. Die haben nicht nur Schwächen. Glaubt man immer nicht, ist aber so. Und deswegen sind unsere Systeme so unmenschlich, weil sie eigentlich, ich würde sagen, Empathie ausfiltern, systematisch ausfiltern. Also entweder zieht es die Leute, die empathischer sind, schon gar nicht rein und wenn sie es reinzieht, dann schmeißt sie es bald wieder raus, weil sie sagen so, und dann wird das auch noch gelobt, ja, so nach der Devise, ja, nur die Harten kommen in den Garten und so weiter. Ja, so kriegst du halt harte Systeme. Dann kriegst du ein System, du rufst in Panik an und dann das Erste, was du kriegst, ist Bürokratie und das nicht einmal, sondern dreimal. Und das haben wir ja in ganz vielen Bereichen. Es gibt Leute, die sind in Not, die brauchen was und das Erste, was sie kriegen, ist ein Haufen Bürokratie um die Ohren, aber null Menschlichkeit. Und dann frage ich mich schon, ja, toll, ich will das nicht schlecht reden, aber wäre nicht noch sehr viel menschlicher nicht auch möglich, ja, also wäre das nicht möglich, ist das wirklich nicht möglich? Das möchte ich doch in Frage stellen. Ich glaube, dass man das besser organisieren kann. Ja, also ich kann es mir zumindest vorstellen und mir ist klar, das ist teuer, aber das ist mir auch klar, weil ich, ich denke immer betriebswirtschaftlich auch zugleich, muss ich, bin ja auch selbstständig. Ich habe einen Sinn, also ich bin auch, ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, ich bin auch ein Mensch, der kann eigentlich fast immer gut mit dem Management, weil ich die Perspektive des Managements verstehe und weil es im Management eigentlich meistens auch geschätzt wird, wenn sie Mitarbeiter haben oder Dienstleister, die ihre Perspektive verstehen, die Lage, in der sie sind, dass sie nämlich auf Effizienz und Ökonomie schauen müssen. Das verstehe ich vollkommen. Nur, ja, als so jemand verstehe ich, guter Umgang kostet und dann ist halt die Frage, was für eine Gesellschaft wollen wir haben? Wollen wir eine effizienzgetrimmte Gesellschaft, die scheißunmenschlich ist oder wollen wir eine menschliche Gesellschaft, die halt, ja, teuer ist in vielerlei Hinsicht und deren dann bestimmte Güter dann eben auch nicht zur Verfügung stehen. Ja, alles hat seinen Preis. Und das ist also vielleicht das, was wir auch nicht sehen wollen. Menschlichkeit ist nicht kostenlos zu haben. Menschlichkeit hat ihren Preis. Empathie hat ihren Preis. Verständnis hat seinen Preis. Ja, also, das sind alles Dinge, die kosten. Was kosten sie? Also, man kann sich das so vorstellen, ein guter Arzt. Nehmen wir mal ganz banal ein guter Arzt. In einer idealen Welt, ja, wie sich das der Kleine hier vorstellt, ja, der kleine naive Mensch, der hier sitzt, vorstellt. Ein guter Arzt, idealerweise schon, kennt er seine Patienten ein paar Jahre und nicht ständiger Wechsel, sondern man hat eine Bezugsperson. Gut, nicht immer leistbar, aber so das klassische Hausarztprinzip, ich bin Fan davon, dass man sich den auch sucht, weil das ist so viel wert. Du hast einen Arzt, den du vertraust, die Gespräche laufen ganz anders, es ist Humor im Spiel, es ist von vornherein Menschlichkeit im Spiel, es ist so eine gewisse Wechselseitigkeit im Spiel, es ist eine Partnerschaft letztlich. Ein guter Arzt ist wie ein Partner, ja, für was Bestimmtes, aber auch andere Partner hat man für was Bestimmtes und nicht für alles, idealerweise. So, also, okay, so, das ist schon mal, ja, aber dann hat der Zeit, der hat Zeit, sich deine fucking Geschichte anzuhören und der hat fucking Zeit, das ist ganz entscheidend, zwischen den Zeilen zu hören. Die, oft, oft, wirklich oft, sind die entscheidenden Informationen zwischen den Zeilen und wenn du gestresst bist und wenn du effizienzgetrimmt bist und wenn du unter Druck stehst und wenn die Zeit knapp ist und wenn alles scheißteuer ist, ja, dann ist es so, dass du nicht mehr zwischen den Zeilen hörst und dann gehen dir wichtige Informationen, dann gibt es Fehldiagnosen, dann gibt es Fehlbehandlungen, könnten wir uns alles sparen, wenn da vorne Leute sitzen, die sind gute Diagnostiker, die mit Menschen können und die zwischen den Zeilen hören können und die Dinge richtig einordnen und nicht falsch einordnen. Und ja, das kann unser System nicht. Unser System kann nicht Menschlichkeit. Das ist letztlich die bittere Wahrheit, weil Menschlichkeit teuer ist. Wir leisten sie uns nicht. Wir leisten uns Menschlichkeit nicht. Wir wollen eben auch nicht wahrhaben, dass Menschlichkeit teuer ist. Es kostet Geld. Ein menschliches System kostet Geld. Gleiche Pflege. Ja, du kannst, also ich bin jetzt mal gemein, Entschuldigung an alle Pfleger und Pflegerinnen, ich bin echt gemein, aber wenn es jetzt wirklich nur ums Arsch abwischen ginge, stell eine scheiß Maschine hin, oder der reibt sich an irgendwas, ich weiß, dass das kommt auf uns alle zu, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die allerwenigsten Menschen erwarten, dass sie in Pflege, pflegebedürftig werden und die allerwenigsten Menschen werden es. Die allermeisten Menschen träumen von dem Tod im Kreis der Liebenden zu Hause, alles ist irgendwie wohlgeordnet. Ich habe mir sagen lassen von Pflegern, dass der allergeringste Teil der Menschheit so stirbt. Ja, die allermeisten Menschen sterben in professionellen Institutionen, ja, umgeben von Profis, die effizient getrimmt sind und wenig Zeit haben. Das kommt also auf uns alle zu. Okay. Wie sähe denn eine menschliche Pflege aus? Also, in meiner Welt sieht sie so aus, dass ein Pfleger schon erstmal nicht so viele Menschen betreuen muss, wie er betreut ist. Und dass nicht so abgerechnet wird, dass jeder, jedes Duschen und jedes Anziehen und einzeln getaktet ist. Ja, so machst du das nicht. Du gibst auch dem einzelnen Pfleger Spielraum, weil der eine zu Pflegende oder die eine zu Pflegende braucht für das mehr und die andere für das mehr. Das ist hochunterschiedlich. Das ist nicht bei allen Menschen gleich. Das kannst du nicht normieren und takten, wird aber gemacht, soweit ich weiß. Bin auch nicht nah genug dran am Thema, muss ich ehrlich gestehen. Hab mich schon länger nicht mehr mit Pflegekräften unterhalten. Das ist ein großes Manko meiner Aussagen jetzt gerade. Also hört es euch mal an, was Pflegekräfte zum Thema sagen. Wie das konkret abgerechnet und bezahlt wird. Das hat also Folgen. Das hat systemische Folgen. So, also, in meiner Welt wäre es so, schon, der Personalschlüssel ist schon mal wichtig. Das nächste ist, wie wird abgerechnet? Scheiß wichtig. Ja, was wird abgerechnet? Haben die Leute den Raum individuell anzupassen? Wem sie sich für was wie viel zuwenden? Weil das wird es auch geben, dass auch mal jemand, das einfach braucht, das jetzt zugehört wird. Oder, ich meine, ich weiß nicht, was ihr mit alten Menschen schon erlebt habt. Ich habe eine Menge erlebt. Mein Leben hat so gestartet, dass ich tatsächlich in sehr jungen Jahren meine demenzkranke Oma mitgepflegt habe. Weil das war so wirklich auch sehr berührend alles, aber auch sehr belastend alles gleichzeitig. Ich habe sechs Jahre mit meiner Oma zusammengelebt im gleichen Haus. In dem Zeitraum ist sie dann sehr stark, sehr schnell dement geworden. Gleichzeitig Parkinson und Alzheimer. Und das war so, in den ersten zwei Jahren hat sie mir noch die Butterbrote geschmiert und dann als ich zehn, elf war, habe ich ihr die Butterbrote geschmiert. So sah das aus. Und ältere Menschen werden schwierig, oft auf eine ziemlich ähnliche Weise wie kleine Kinder schwierig sein können. Nur hat das nochmal bei älteren Menschen mehr Wucht und ist weniger niedlich. Ist aber oft die gleiche Energie. So. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Also wer alte Menschen pflegt, Respekt. Ich habe es ein Stück weit erlebt. Es ist scheiß anstrengend und auch nicht so wahnsinnig so beglückend und auch wie bei kleinen Kindern und auch kleine Kinder sind nicht immer beglückend. Wie alle Leute in allen Kinder-Kitas und Krippen und so weiter wissen. Das ist auch scheiß ein scheiß anstrengender Job. Mit einem hohen Burnout-Risiko. Also ich bin hier zum Beispiel umgeben in meiner kleinen Bubble von lauter Ex-Kindergärtnerinnen und Ex-Kindergartenleiterinnen. Also von Leuten, die zehn Jahre, zwanzig Jahre, dreißig Jahre in den Kindergarten geleitet haben oder gemacht, also erst Kindergärtnerinnen waren und dann Kindergärten geleitet haben und jetzt das nicht mehr machen. Die Leute sind in der Regel so zwischen 50 und 65 und sind aus dem Bereich ausgeschieden. Und die sind aus guten Gründen aus diesem Scheiß-Bereich ausgeschieden. Von solchen Leuten bin ich umgeben. Okay, was sagt uns das dafür, wie wir diese Bereiche organisiert haben? Wollen wir, dass wir diese Leute verlieren? Nein, wir wollen sie nicht verlieren, aber wir haben die Bereiche so organisiert, dass wir sie verlieren. Und das Gleiche in der Pflege, dass es x Pflege-Ausscheider gibt, also Leute, die haben den Beruf erlernt und ermühen, dann haben sie ihn ausgeübt unter Blut, Schweiß und Tränen und das buchstäblich, eigenem und fremden. Das ist so, das ist das und dann gehen die Leute wieder raus, weil das nicht zum Aushalten ist, weil du das machst so eine Zeit lang und dann, wenn du schlau bist, machst du es nicht mehr. Und dann frage ich mich, muss das so sein? Und meine Antwort ist, nein, muss es nicht, aber dann musst du den Bereich anders organisieren, ganz anders. Also, dass diese Berufe, ich sag mal, alle Menschenberufe, alle helfenden Berufe, alle unterstützenden Berufe, wieder attraktiver werden, musst du sie anders organisieren. Und die haben eine Grundattraktivität. Menschen helfen, wird immer attraktiv sein für Menschen. Das ist ein schöner Job. Jeder Job, der ein Job am Menschen ist, ist halt sozusagen viel sinnvoller, wird von uns erlebt, als viel sinnvoller, als alle Bürokratie-Jobs der Welt. Alle Sesselpupser-Jobs der Welt. Ähnlich vielleicht noch im Handwerk. Es gibt auch da eigenes Thema, aber da bin ich noch weiter weg. Auch Handwerk kann so geil sein. Handwerk ist wirklich, du machst was und mit deiner eigenen Hände Arbeit und geile Maschinen und geiles Werkzeug und du weißt, was du tust und du wirst immer besser. Du hast mit der Zeit Expertise, dann hast du Spezial-Expertise. Also du wirst, das ist geil. Ja, Handwerk könnte geil sein, ist es aber nicht. Oft ist es das nicht, leider. Ich habe auch schon glückliche Handwerker erlebt, muss ich auch gestehen. Vielleicht ist es in dem Bereich besser, aber da bin ich leider weit weg. Aber bei Menschenberufen kann ich ganz klar sagen, weil da bin ich tiefer drin, wir haben hier einfach alle beschissen organisiert, alle. Ich kenne keine Ausnahmen. Jeder Job, der ein Job am Menschen ist, kann ich eigentlich nur sagen, obwohl ich selber tief drinstecke, Hände weg. Kann ich nicht zuraten. Bei mir ist der Zug abgefahren. Ich werde wahrscheinlich in diesem Leben beruflich nichts anderes mehr machen. Aber es ist scheiße organisiert. Es ist nicht menschlich organisiert und entsprechend ist es auch kein Fehler der einzelnen Menschen in diesem Beruf, dass sie nicht menschlich agieren. Sonst ist es ein Systemfehler. Du musst das System ändern, machen wir aber nicht. Ja, wir wollen effizienzoptimiert weiter unterwegs sein. Ja, okay, so generieren wir systematisch unmenschliche Systeme. Ja, okay, ja, was erwarten wir? Aber wir alle brauchen mal Hilfe. Spätestens wenn wir alt sind und oft eilt uns noch was anderes. Wir werden krank, wir kriegen eine Behinderung, mit der wir nie gerechnet haben oder eine fortschreitende chronische Erkrankung. Kann jeden erwischen, jederzeit. Da hilft dir auch dein ganzes Geld nur bedingt weiter. Ja, es hilft. Ja, weil manche Behandlungen sind echt teuer und manche Spezialisten sind auch nur sehr teuer und können sich dann nur wenig leisten, bla, bla, bla. Aber, naja, so richtig menschlich wird das System halt trotzdem nicht. Also mit einem menschlicheren System wäre echt allen gedient. Es ist halt, es kostet Geld. Es kostet Geld und das leisten wir uns nicht. Und dann ist der Bereich halt so organisiert, dass er dann halt noch teurer wird, weil halt die Leute in dem Bereich auch einfach flüchten. Ja. Und ja. Und dann halt auch nur bestimmte Leute anziehen. Also wenn ich gemein bin, sage ich halt die etwas grobschlechtigeren Leute, die das halt da länger aushalten. Weil die Systeme selber auch in ihnen zu arbeiten, ist unmenschlich. Das halten sensiblere Naturen, die aber diese Systeme dringend brauchen, gar nicht lange aus. Also der Job, in dem ich es am längsten ausgehalten habe, da habe ich es ausgehalten, mit Unterbrechungen zwölf Jahre. War ein Beruf an Menschen, wo ich gegen das System gearbeitet habe, aber nach zwölf Jahren war echt Schluss bei mir. Das ging nicht länger. Also es hat mich aggressiv gemacht, kurz gesagt. Ich habe echt einen guten Job gemacht, muss sagen. Ein viel besserer Job, als das System von mir erwartet hat. Kraft meiner Sensibilität. Aber das machst du halt nicht ewig danach. Und ich würde sagen, ich bin immer noch geschädigt davon. Also ich habe Langzeitschäden davon getragen, dass ich jahrelang gegen das System gearbeitet habe. Das hinterlässt einfach Spuren in der kleinen Seele des Menschen. Und ja, wir können so weitermachen. Wir können also weiter reihenweise Leute verbrennen und uns wundern, warum diese Berufe so unattraktiv sind und das einfach dann versuchen, wieder über Geld zu lösen. Aber ja, das ist halt nicht der Weg, auf dieser Weise das zu tun. Da musst du halt andere Dinge noch umbauen. Ja, Personalschlüssel ist ein guter Anfang. Menschliche Personalschlüssel und menschliche Formen, das Ding abzurechnen. Was ich da schon erlebt habe. Auch Zwang zu Wachstum ist zum Beispiel sowas. Ja, soll ich da noch was zu sagen? Also ich habe mir eine Institution erlebt, die standen unter Wachstumszwang. Im sozialen Bereich. Im sozialen Bereich. Und es wird immer unterschätzt, was Wachstum macht. Also, es wird immer so gedacht, Wachstum ist immer gut. Aber viele, viele soziale Systeme funktionieren bis zu einer bestimmten Größe. Super. Wenn sie dann eine bestimmte Größe überschreiten, werden sie beschissen. Nehmen, weil die Bürokratie zunimmt und die Menschlichkeit abnimmt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das gibt es auch in kleinen Firmen. Es gibt nicht, das ist nicht ganz eben so, Startups sind ein zweischneidiges Schwert. Aber es gibt schon ein paar Startups, die sind als Startup echt gut. Auch vom Miteinander her. Und dann überschreiten die eine bestimmte Größe und ab da geht es menschlich gesehen bergab. Weil eben diese kurzen Wege fehlen. Der tägliche Kontakt, dass man sich kennt, dass man weiß, was man voneinander zu erwarten hat, womit man beim anderen rechnen muss. Man ist nah genug aneinander dran, um sich auch gut einschätzen zu können. Und dann hört das auf, weil das Teil ist jetzt zu groß und dann kehrt Bürokratie ein. Das passiert eigentlich so gut wie jeder Firma, die eine bestimmte Größe überschreitet. Und dann gibt es ein paar smarte Firmen, die überlegen sich dann, wenn das passiert, was wirklich smart ist, wie sie menschlich bleiben können, auch wenn sie jetzt gar nicht mehr so klein sind. Das sind aber ganz, 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 ganz wenige Firmen. Und deren Lösungen breiten sich dann auch typischerweise eben nicht aus, leider. Es gibt dafür Lösungen. Es gibt also Leute, die viel klüger sind als ich, die sich da was ausgedacht haben, wie man Firmen menschlich machen kann. Aber diese Lösungen, die diese Menschen entwickelt haben, breiten sie nicht aus. Sie finden nicht in anderen Firmen auch Anwendungen. Es bleiben also so kleine Inseln der Menschlichkeit, die immer fragil sind, die immer so metastabil sind, die dann irgendwann kollabieren, wenn dann bestimmte Leute ausscheiden. In der Regel die Geschäftsführung wird ausgetauscht oder geht in Rente und dann kollabiert die Menschlichkeit dieses sozialen Systems. Das ist fragile Menschlichkeit, nenne ich das mal. Ich hätte gern systemische Menschlichkeit, also stabile Menschlichkeit. Und irrigerweise, naiverweise, halte ich das für erreichbar und machbar und deswegen rege ich mich so auf. Weil ich sage, wir könnten eine menschliche Gesellschaft haben, wir könnten einen menschlichen Umgang haben, haben ihn aber nicht. Und darunter leiden wir dann, und das ist ja wirklich selbsterzeugtes Leiden, aber auf der Systemebene, nicht auf der individuellen Ebene, auf der Systemebene. Wir schädigen uns systematisch selbst, wir Menschlein, indem wir lauter unmenschliche Sozialsysteme erschaffen, erzeugen und am Laufen halten. Und dann ist dann irgendwann eine Frage, was tun wir da? Warum machen wir das? Warum organisieren wir die Gesamtgesellschaft unmenschlich? Was erwarten wir davon? Weil it comes back to you, in your face. Es kommt alles zu dir zurück. Unmenschlichkeit kehrt zurück. Es ist nicht die Unmenschlichkeit der anderen, es ist unsere eigene, die zu uns zurückkehrt. Ja, ich weiß nicht, ob man das verstehen kann. Also ich will sagen, wie gesagt, äußere Auslöser marginal und es gibt größere Probleme. First World Privileged People's Problems, ja, aber trotzdem, ich will eine menschlichere Gesellschaft, Gottverdammt nochmal, und ich halte sie für machbar. Ich halte sie für Menschen machbar. Vieles können wir Menschen nicht ändern. Vieles können wir nicht beeinflussen, aber das, das können wir beeinflussen. Und wenn wir das Wenige, was wir nicht beeinflussen können, auch das nicht beeinflussen, dann regt es mich auf. Ja. Also, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, Menschlichkeit kostet, wir müssten sie uns leisten. Es ist ein Investment. Ich sehe es so, am Ende ist das kostengünstiger. Ja, also was so Fehldiagnosen zum Beispiel kosten. Aber gut, das müssen Ökonomen berechnen. Ich bin kein Ökonom. Zeterum, Zenseo, Isonomie haben, Essesortiendam, im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie, gelost werden muss.